BOOOOOM! What's up my people! I'm a boy, my horse, the flyers, yes sir! Ey, wir sind heute wieder back it again, mit einem Reaction Video. Wir haben heute mal wieder eine andere Reaction am Start. Das Video von Aaron Ross. Ich nehme mal an, ihr kennt alle den Aaron Ross. Wenn nicht, er links, also er da, ist ein Twitch-Streamer. Meiner Meinung nach, der beste Streamer aller Zeiten. Was der Aiden alles gemacht hat. Ey, shit is crazy, Alter. Und jetzt hat das Video getroppt, Top Best Freestyles an Aiden Lab, yes sir. Ey, wir checken das ganze mal aus. Und, je, ich fahre nicht lang rum, wir springen gleich ins Video. Wir wissen nicht ihre Lieblings zu hören, wir geben uns an die Familie Und ein Ding um. Ja, Mannest du denn não? Wir sehen euch aus denen, meine Lieblings zu hören, wir geben uns an die Familie prossest und Edgleich eins ab. Das ist weiter. Alter, lounge databاء als wir haben. Was época? Und ja?! Ja, Romautis, lectures. hold on hold on hold on alright alright yo ok 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 damn ja Jooooooo Nein, Bro Sie werden auf dem Streamen geladen Und dann.. ... rostet ihr am Aidens die Schwester? Come on, Bro Ey, look, look, look That's crazy Oh, no, 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 we got to look at you Oh, okay, 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 okay. Ich bin der Peßant von meinem A&B Bruder. FENOM! 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 Du hörst mir das? Ja! Tell em, tell em. Mhm. I said, I live in big lavish, big whopping, big dream. Woop! G, Y, A&P, that's the team. Oh! We're alive and that's the stream. And we're getting paid, but we're getting paid. YAH! YAAAA! Wirin der Paisie! Wir alle lieben A.M. Pino, das ist sicher nicht so lustig, Alter. Und die können noch rappen, das ist schwer. Der von Duke war eher ein Diss-Track. Aber der Phenom, wirklich stabile Bars. Kann man nicht sagen. Phenom! Ho! 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 Grah! 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 Ehrlich gesagt, ich habe nichts verstanden. Es war aber auf Beat und sie hat eine heavy Tonne. Und seine Stimme ist catchy. Ob ich sie hast! Ich hab meine Stimme jetzt in deep Denken. Ey! 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 Ja, ich habe 3's und du ein Splashy. Splashy Splashy ain't that shit like a Laffy Taffy. Yeah, I'm a sucker d***. Sorry, okay. Oh, Blueface? Blueface Udidi, jeez. Okay, hey, Milox Milano. Oh, I like that. Hey, Lega, Lega, Lega! Uuuuh. Mmmmm. Mmmmm. Okay, wha, 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 what is she calls? Hahaha, I'm not a bad. Yo, hahaha. Hey, nah, nah. I'm not a boss. Nah. You're not a boss. You're not a boss. You're not a boss. That's shit. Yo. Hahaha. Oh! You're not a boss. You're not a boss. Okay. Let me tell you motherfuckin' about my life and how I grew up and shit. How I got... Oh, fuckin' stenchless, Macon. Let me tell you motherfuckin'. Ja Ah 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 Yeah Yeah Ruff Ah Yeah Speed Yeah The speed has too much energy No capital Oh my Yeah Yeah Oh Oh Analy Also der ist actually ein Rapper Für die von jetzt wissen Er ist Rapper Streamer 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 Ich kenne mal alle von euch kennen den Speed Wenn ihr den Speed nicht kennt Dann Ist etwas nicht gut gelaufen Streamer Äh The Pram Und die da alle im Hintergrund sind die Kollegen vom NLi Oh Hmmmm What Die Bar ist hart Das war Das war Das war Das war Das war Einfach so Schmal mal so Freestyles aushellen Aber trotzdem Nevi We only have Big DRACOs Two DRACOs Two DRACOs Two DRACOs Two DRACOs Wieso Wieso muss er immer gay shit rappen Wieso muss es immer suss sein Er kann wirklich keinen Freestyle rappen ohne gay shit zu bitten WTF Das ist crazy Mit dem La Uzi Das ist der La Uzi für dich Ich kann mal die Leute keinen La Uzi Er ist auch Rapper Top tier Rapper Stop Resser Liger Liger Es ist ein Daler Stale Der nenhum Ich kann Okay ans Erれ Der Lamborghini Lime, habe ich gesehen. JP? AP? Okay, nein. Okay, nein. Pull up. What? Okay. Okay, das ist eher so ein wenig Hype Freestyle. Aber so ein gechillter, mit den Jungs. So ein smoother Freestyle. So ist das geil. Schau an mich. Oh. 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 Floater. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Horror. Ja, ja. Ja, ja. Fuck. Okay. Hm. Tao. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. No cap. Das könntest einfach. Er könnte jetzt das Freestyle, was er jetzt aufgenommen hat. Könnte er jetzt einfach so Videomaterial mitnehmen. Ins Studio gehen. Und einfach den gleichen nochmal ballern. Vielleicht nicht auf den gleichen Beatzeichen. Aber einfach auf einem randomass Beat. Und es wird geil klingen. Oh. 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 Thor. Ey, den Freestyle kenn ich schon. Ey, ich denk mal die meisten kennen den Arsch von euch. Der ist auf TikTok viral as fuck gegangen. Ey, der ist krank gewesen. Der Tori wirklich sehr underrated. Aber der ist krass, Alter. She make it clap, clap. Yo. She make it clap, clap. Den hab ich mir schon lange nicht mehr zugehalten, aber der ist krank. Du 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 du. It's me. It's me. Not anymore. Got a Dewey. A-rag. In the sea. A-rag. Gazzu. Ja. 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 Wicke. B'! Flaaag. Halla. Hornets. A-ma bag. Mm. O-this, this is hom-ly done. Mm. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. De-da-da-da-da-da-da-da. U.K. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. RAH. WUH! WUH! JA! WUH! HEH! Das Game Fisch Go! NOOOOOOH! Jetzt hann ich verget... OOOOOOOOH! Die shit, alter die Wars! Und eben glaub ich's alter, bei dem ist wirklich alles Freestyle. Alles auf die Top! Es ist einfach eine WU- BÖ! Ich fücckbe! Ich blöde, ich blöde, ich blöde, ich blöde, ich blöde, ich blöde! Ja! Ich blöde, ich blöde, ich blöde, was mit den Klemmönen Händen Ich blöde, ich blöde, ich blöde, ich blöde, ich blöde. Zu immer, Twee! Die höre, die leu, Toi, look at my style. Ey! Ja, what? Orgy, okay, okay, Toi. Okay, ey. Das war heute mal mit dem Video. Ich hoffe es hat euch allen gefallen. Baba Freestyles. Wenn ihr auch wollt, dass ich mal so Rappers zum Stream holen und Freestylen schreibe zu ihnen. Und schiebe zu ihnen, welchen Rappern. Und dann check mich aus. Insta, TikTok, Twitch. AtmeHurFrancisco. Yes, sir. Ich euer Boi. Ey nochmal. Peace.